. Hier ist ja auch ein schönes Fahrzeug. Ja, kann man nicht. Das ist wirklich schön angeschickt. Oh, geil! Hier ist das ein bisschen, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen. Hier läuft es, das ist ein bisschen. Ja. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Der hat fast nicht. Die Kirche ist in der Nähe von der Kirche, in der Nähe von der Kirche. Hier ist es eine große Herausforderung. Die Kirche ist in der Nähe von Köln, die in der Nähe von Köln, die in der Nähe von Köln und Köln. Dann haben wir ja ein Schwenk gemacht. Also, das weiß ich aber nicht falsch aus. Du kannst ja ein bisschen was zum Fahrzeug erzählen. Ja. 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 Hast du ja so ein Schwenkchen bei der Weihnachtszeit? Ja. 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 Ja, das ist auch schön zu dir erzählt. Alter, was ist? Guck, die meisten, die hier drin sind, sind schon alle. Den ist nicht nach vorne. Nein, das ist was hier. Das macht ja jetzt ein Schwenkchen. Genau. Über die Strecke links runter die Tatsicherung ein Schwenkwitz. Und wir fahren jetzt schon in Richtung Bahnhofhof. Da haben wir das hier. Da haben wir das hier. Also, der Strecke, nicht nur noch die Kontakt بau. Da haben wir keine Arbeit. Die kommt jetzt auf die falschen blocking Regen. Es gibt im Dorf. Wir ziehen auf den Motorradbach. Die Staatspresourcing, die tatsächlich in Richtung Fahrrad. Die Kirche ist in der Nähe von der Kirche, die die Kirche ist in der Nähe von der Kirche. Die Stadt ist in der Stadt, die wir hier sehen, ist in der Stadt. 11. Mai 12. Mai 13. Mai 13. Mai 13. Mai 15. Mai Das war's für heute.